Deutsche Bank präsentiert Perspektiven2go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Auch wenn noch immer alle Augen auf die Notenbanken und ihre Zinsentscheidungen gerichtet sind, auch die Bilanzsaison in den USA startet langsam wieder. Und die harten Zahlen könnten wichtiger für die Börse sein, als die längst erwarteten Zinssenkungen war zu lesen. Oder doch nicht? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven2go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, am Donnerstag tagt die EZB. Wie viel Überraschungspotenzial bietet Ihre Zinsentscheidung überhaupt noch? Jessica, ich glaube ausgesprochen wenig. Die EZB hat in mehreren Reden ihre Sorge zur Konjunktur ausgedrückt. Und insofern, also nicht die EZB selbst natürlich, sondern die Mitglieder des Geldpolitischen Rates. Und insofern darf man wohl einer Zinssenkung um weitere 25 Basispunkte rechnen. Die Notenbanken schauen ja vor allem immer noch auf die Inflation. Und eigentlich gab es ja gute Nachrichten. Die Gesamtinflation ist gesunken. Aber es gibt ja auch noch die Kerninflation und die ist immer noch zu hoch. Was genau ist die Kerninflation und warum ist die immer noch so hoch? Und wie sind vor allem die Aussichten? Ja, die Kerninflation ist die gesamte Inflation abzüglich der Energiepreise und der Nahrungsmittel typischerweise. In Japan wird es ein bisschen anders gerechnet, aber ansonsten ist das weltweit eine gleiche oder ähnliche Methodik. Tatsächlich geht die Inflation insgesamt runter, aber nicht so schnell, wie man sich das erhofft hatte. Was nach wie vor an Nahrungsmitteln liegt, deswegen, also das sind Treiber und natürlich auch die Dienstleistungen sind nach wie vor ein Treiber für die Inflation. Deswegen können die Notenbanken noch nicht sozusagen vermelden, dass sie das Ziel erreicht haben. Aber auf der Headline-Inflation sind wir mittlerweile auch in Europa, nicht nur in Deutschland, wieder unter die zwei Prozent gefallen. Und wie sind die Aussichten, wann es dann auch mit der Kerninflation endlich richtig runter geht? Ja gut, wir haben Lohnabschlüsse, die die Realeinkommen mal wieder steigen lassen. Das könnte dazu führen, dass wir im nächsten Jahr sogar wieder einen etwas stärkeren Konsum haben, damit die Konjunktur sich ein bisschen erholt. Auf der anderen Seite sind natürlich die Investitionen nach wie vor relativ schwach. Also unterm Strich würde ich glauben, dass die Inflation sich auch im nächsten Jahr weiter zurückbildet. Damit wir aber, zumindest was die Kerninflation angeht, im nächsten Jahr noch nicht bei zwei Prozent oder sogar darunter landen werden. Nun heißt es ja immer so schön, dass Zinssenkungen eigentlich gut für die Börse sind, es sei denn, wir haben die Megakrise und es wird damit gegengesteuert. Aber grundsätzlich sind Zinssenkungen ja nicht schlecht für die Börse, das dürfte auch diesmal wieder so sein. Aber so einen richtig großen Schub braucht man sich da, glaube ich, nicht mehr zu erhoffen, weil das meiste wohl auch schon wieder eingepreist ist, richtig? Ja, man muss sagen, dass die Kapitalmärkte natürlich mit jeder neuen makroökonomischen Zahl, das vor allen Dingen der Arbeitsmarkt ist, aber auch die Industrieproduktion, die Einzelhandelsumsätze und so weiter und so fort. Und da kommen ja auch in den nächsten Tagen wieder neue Daten, gerade aus den USA. Dann spekuliert, wie die Notenbanken denn damit umgehen. Nochmal, die EZB hatte zuletzt besonders betont, dass sie sich Sorgen um die europäische Konjunkturmacht. Sie hat weniger die Inflation betont, ähnlich wie das ja im Sommer schon die amerikanische Notenbank Richtung Arbeitsmarkt gemacht hat. Und insofern gibt es da permanent Spekulationen, wie viel die Notenbanken denn tun werden. Beispielsweise war man vor ein paar Wochen in den USA noch davon ausgegangen, dass es bis zu fünf Zinssenkungen noch geben könnte. Mittlerweile sind wir nur noch bei zweien. Also man sieht daran bis zum Ende des Jahres wohlgemerkt. In Europa ist das alles etwas stabiler, aber die 25 Basispunkte, die hier als nächstes von der Europäischen Zentralbank erwartet werden, die sind sicherlich schon eingepreist, ja. Und was ist in den USA schon eingepreist? Da ist ja auch jetzt relativ zeitnah die nächste Sitzung, wären es wieder mal 50 Basispunkte oder eher 25. Wie ist da augenblicklich die Stimmung? Ja, in den USA hatten wir ja einen sehr, sehr guten Arbeitsmarkt, der dann dazu geführt hat, dass im Grunde genommen diese starken Zinssenkungen ausgepreist wurden. Wie gesagt, im Moment bei zwei Zinsschritten noch liegen, einen in diesem Oktober mit 25 Basispunkte und einen im Dezember. Das ist das, was nochmal der Markt erwartet. Auch die Fed Minutes, also das Protokoll der letzten Sitzung, haben gezeigt, dass die Fed nicht so besorgt um die Wirtschaft ist und nicht so sehr Richtung Zinssenkungen drückt, wie vielleicht dieser erste Schritt von 50 Basispunkten signalisieren könnte. Also unterm Strich ist hier sicherlich die Bewegung insgesamt etwas größer. Aber wir gehen davon aus, wir dürfen wohl davon ausgehen, dass es noch zwei kleinere Zinssenkungen gibt, wenn nicht Außergewöhnliches noch passieren sollte. Wo wir jetzt schon in den USA sind, die Bilanzsaison ist gestartet. Schauen wir doch erstmal auf die Erwartungen. Wird das wieder so eine richtig gute Bilanzsaison oder könnte da jetzt auch vielleicht mal ein bisschen die lahmende Konjunktur doch durchschlagen? Wobei sie in den USA ja besser läuft als hier. Ich wollte gerade sagen, also lahmende Konjunktur, GDP now, der Fed Atlanta geht von 3,2 Prozent Wachstum im dritten Quartal aus. Ich ziehe die Frage zurück. Nichtsdestotrotz ist das dritte Quartal traditionell etwas schwächer. Und der Markt erwartet hier einen Anstieg der Gewinne um nur ungefähr 5 Prozent. Das ist auch das, was die Unternehmen bisher in etwa geliefert haben. Also 5 Prozent Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal. Das sollte dann im vierten Quartal wieder zulegen. Mal gucken, wie sehr die Unternehmen wieder überraschen werden. Der Start ist ja tatsächlich ganz gut gelungen, aber wir sind eben noch ganz am Anfang. Es haben gerade mal rund 30 Unternehmen aus dem S&P 500 bisher Zahlen vorgelegt. Da kommen also noch 470 und insofern ist da noch einige Bewegung sicherlich zu erwarten in den nächsten Tagen. Aber es war ja Ende vergangener Woche schon auch gleich mit positiven Überraschungen losgegangen. Nämlich mit den Banken, die berichtet haben. Das war ja schon auch ein bisschen ein Schub für die Märkte, oder? Ja, genau. Das hatte ich ja gerade gesagt, dass die Berichtssaison schon mal gut losgegangen ist. Wir also im Surprise schon mal 7 Prozent über den Erwartungen liegen. Aber wie gesagt, es ist noch sehr früh. Ja, die Finanztitel, das war aber auch erwartet worden, dass die einer der Treiber sind Richtung Energie und auch Grundstoffe. Da erwartet man doch deutlich weniger in dieser Berichtssaison. Und deswegen, wie gesagt, insgesamt ein moderater Anstieg. Aber wir werden sehen, ob die Unternehmen und Amerika sind die meistens sehr gut darin, die Erwartungen wieder toppen können. Ich würde davon ausgehen, dass das auch diesmal wieder der Fall ist. Ja, das habe ich übrigens auch gerade gelesen von Experten, die sagen, es dürfte leicht fallen, positiv zu überraschen. Weil eben die Analysten ihre Erwartungen zuletzt deutlich runtergeschraubt haben. Aber das ist ja ein Spiel, worüber wir ganz oft schon gesprochen haben. Und es kommt dann immer zu diesen positiven Überraschungen. Was soll das eigentlich? Ja, also die Revisionen in den USA, was die Unternehmensgewinne angeht, sind tatsächlich moderat. Also da kann man jetzt nicht sagen, dramatisch nach unten geschraubt. Da sieht es in Europa tatsächlich etwas schlechter aus als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber du hast recht, die Erwartungen sind etwas zurückgenommen worden. Sie liegen halt insgesamt auf einem sehr viel niedrigeren Niveau, als wir das fürs zweite Quartal gesehen haben. Und damit ist natürlich auch die Möglichkeit, positiv zu überraschen, viel größer. Mal gucken, ob es den Unternehmen gelingt. Wie gesagt, der Start ist ja schon mal ganz gut gewesen. Und insofern haben wir da eine gewisse Hoffnung, dass die Unternehmen auch wieder die Erwartungen treffen können. Ein paar Branchen hast du schon angesprochen. Hast du vielleicht noch einige für uns, wo man davon ausgeht, dass sie besonders gut berichten oder besonders schlecht berichten werden? Ja, es sind die üblichen Verdächtigen, hätte ich fast gesagt, für dieses Jahr. Es ist also wieder die Technologie. Es sind die Communication Services, die gut erwartet werden. Auch die Gesundheit, die Finanzwerte eben, die ja schon ganz gut vorgelegt haben. Und hinten am unteren Ende ist dann nach wie vor die Industrie, der Konsum oder die Konsumgüter für den täglichen Gebrauch, die Grundstoffe und vor allen Dingen die Energie, die ja doch sehr stark das Gesamtniveau nach unten zieht, weil die Ölpreise ja doch im dritten Quartal deutlicher gefallen sind, bis sie dann mit der Eskalation, mit dem doch um sich greifenden Krieg im Mittleren Osten zuletzt wieder ein Stück gestiegen sind. Lass uns vielleicht auch nochmal nach Europa und Asien schauen. Auch da beginnt die Berichtssaison immer ein bisschen zeitverzögert, aber sie beginnt ganz langsam auch. Was wird da erwartet? Für Europa liegt die Erwartung in etwa so wie in den USA, also bei rund fünf Prozent. Da soll es dann tatsächlich ab dem vierten Quartal und vor allen Dingen in das Jahr 2025 vorangehen, nachdem wir ja doch einige Quartale jetzt gesehen haben, wo die Gewinne eher nach unten gelaufen sind. Also eine echte Trendumkehr hier schon mit dem zweiten Quartal, aber jetzt auch mit dem dritten Quartal weitergehend. Und dann vor allen Dingen nach vorne gucken. Das macht etwas Hoffnung, auch hier haben, obwohl die Berichtssaison offiziell ja noch gar nicht begonnen hat. Ja, schon die ersten Unternehmen Zahlen vorgelegt, aber es ist wirklich noch zu früh, um hier über Ergebnisse zu reden. Es sind auch nicht alle Unternehmen im Stock 600 beispielsweise, die überhaupt Quartalszahlen vorlegen. Es gibt einige Unternehmen, gerade in Europa, die es entschieden haben, es nur im Halbjahr oder einmal im Jahr zu machen. Und deswegen sind es nur so gut 300 Unternehmen, also etwas mehr als die Hälfte, die im Stock 600 tatsächlich Quartalszahlen vorlegen wird. Und in Asien? Gibt es da auch schon Indikationen, wie es aussehen könnte, wie es laufen könnte? In Asien fängt die Berichtssaison auch jetzt an, wobei ähnlich wie in Europa auch nicht alle Unternehmen berichten werden. In Hongkong beispielsweise sind 56 Prozent nach Marktkapitalisierung der Unternehmen, die dort Berichte vorlegen werden. In Australien sind es noch weniger, da sind es nur knapp 30 Prozent aus dem ASX 200. Also wie gesagt, das fängt jetzt alles an. Gleiches gilt auch für Indien und da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch einiges zu berichten und zu erzählen haben. Das große Augenmerk wird wahrscheinlich wie immer auf der Wall Street der großen Leitbörse liegen und wahrscheinlich werden wir wieder alle lächzen danach, dass endlich die Zahlen der großen Tech-Giganten kommen. Die Berichtssaison, hat die das Zeug dazu, uns den goldenen Börsenherbst zu verhageln oder vielleicht die Jahresendrallye schon im Oktober zu starten? Jessica, ich würde dabei bleiben, was wir vorhin besprochen haben. Die Hürde, um hier positive Überraschungen zu zeigen, ist überschaubar hoch. Die US-Unternehmen schaffen das in der Regel und insofern würde ich davon ausgehen, dass wir eine gute Berichtssaison bekommen, dass die Erwartungen wieder übertroffen werden. Das verbunden mit sinkenden Zinsen und mit einer Konjunktur, die mindestens mal in den USA wohl die Rezession wird vermeiden können, sollte dazu führen, dass wir tatsächlich ganz ordentliche Börsen erleben können. Nochmal die Einschränkung natürlich. Es können jederzeit Dinge passieren, wenn wir im Nahen Osten eine weitere Eskalation sehen und der Ölpreis explodieren sollte. Je nachdem, wie die US-Wahl ausgeht. Wir haben nach wie vor einen Krieg in Europa. Wir hatten ja auch vorhin schon besprochen, nach wie vor eine zu hohe Inflation. Also das werden alles Datenpunkte sein, die auch mal auf der negativen Seite überraschen können. Und dann kann das natürlich zu entsprechenden Volatilitäten führen. Wenn aber die Dinge einigermaßen ruhig bleiben, dann sollte es möglich sein, dass wir tatsächlich ein ganz gutes viertes Börsenquartal erleben. Und wenn es diese Volatilitäten auf Deutsch Kursschwankungen geben sollte, also sprich auch ein Kursrückgang, bleibst du dann dabei, wie in den vergangenen Monaten, dass es Zeit ist für Schnäppchenjagd, für vorsichtige Zukäufe, dass man das nutzen könnte und sollte, wenn man natürlich das entsprechende Risikoprofil hat und langfristig investiert? Im Grunde genommen ja, wobei man bei jedem Event natürlich dann bewerten muss, ob es die Situation tatsächlich ändert, zumindest für eine geraume Zeit, beispielsweise die US-Wahl oder aber nicht. Ob es eine Sache ist, die dann auch wieder vorbeigehend sein könnte. Also wenn wir einmal eine schlechte Inflationszahl erleben, dann würde ich hier noch nicht völlig meine Gedanken umschmeißen. Bei anderen Dingen muss man sicherlich genauer darüber nachdenken, aber unterm Strich würde ich schon annehmen, dass man in die Dips dann hineinkaufen kann. Es wird auf jeden Fall kein langweiliger Herbst und uns werden auch die Themen so schnell nicht ausgehen. Danke für diese Perspektiven to go. Sehr gerne. Sehr gerne.